So, liebe Leute, in diesem Video erfahrt ihr alles, was ihr über Isomerie wissen müsst. Also wir wollen erstmal damit anfangen, was ist Isomerie überhaupt und warum gibt es so viele verschiedene Unterformen der Isomerie. Ich habe euch mal so einen Stammbaum hier aufgezeichnet. Es gibt hier die Konstitutionsisomerie und auch die ganzen Stereoisomere. Und die werden jetzt alle der Reihe nach durchgehen. Ich will euch aber an einem Beispiel zeigen, was Isomerie ist. Wir nehmen jetzt mal einen Molekül, von dem wir nur die Summenformel kennen. Und wir nehmen jetzt einfach mal ein Molekül mit der Summenformel C4H10O. Und bei leichten Molekülen, also wirklich vom Gewicht her leicht, wie zum Beispiel H2O oder CO2, da gibt es ja eigentlich nur eine sinnvolle Anordnung, wie man die Atome im Molekül jetzt verknüpfen kann, damit man aus der Summenformel dann das Molekül erhält. Bei jetzt etwas schwereren Molekülen wie diesem hier gibt es aber ganz verschiedene Möglichkeiten. Wir können jetzt mal zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach nur die Summenformel gegeben haben, jetzt einfach mal hier diese Butankette hinzeichnen. Also vier Kohlenstoffe, das haben wir unser C4. Und unser O, das könnte ja zum Beispiel von einer OH-Gruppe kommen. Zeichnen wir das auch hinzu. Dann hätten wir jetzt quasi Butanol. Wir zählen mal, ob die Wasserstoffe passen. 3, 5, 7, 9, 10. Das passt auch. Jetzt gibt es aber auch andere Moleküle mit derselben Summenformel, die aber ganz verschiedene Eigenschaften haben. Wir könnten zum Beispiel die OH-Gruppe nicht hierhin zeichnen, sondern hier. Dann hätten wir einen sekundären Alkohol. Und diese beiden Moleküle hier, die haben ganz verschiedene Eigenschaften. Aber sie haben dieselbe Summenformel. Und deshalb, um quasi zu beschreiben, worin die sich unterstreiten oder wie die sich zueinander verhalten, gibt es den Begriff der Isomerie. Denn das hier ist jetzt N-Butanol und das hier kann man Sec-Butanol nennen. Also Sec wegen dem sekundären Alkohol. Und diese beiden Moleküle sind sogenannte Konstitutionsisomere. Was das heißt, schauen wir uns nochmal im Detail an. Aber, nochmal kurz gesagt, Isomerie beschreibt, dass Moleküle verschieden aussehen können, entweder durch ihre Konstitution oder durch ihre räumliche Anordnung, obwohl sie dieselbe Summenformel haben. Jetzt kommen wir zu den Konstitutionsisomeren. Ich zeichne nochmal unsere beiden Moleküle an. Also Konstitutionsisomere sind an sich sehr leicht zu verstehen, denn man muss eigentlich nur wissen, was Konstitution heißt. Die Konstitution beschreibt, welches Atom hängt an welchem Atom. Und diese Moleküle sind Konstitutionsisomere, weil sie unterscheiden sich in der Konstitution. Weil nicht jedes Atom bei diesen beiden Molekülen an denselben Atomen verknüpft sind. Ist recht trivial. Dieser Sauerstoff ist hier mit Kohlenstoff 4 verbunden, aber hier mit Kohlenstoff 3. Das sind ja nicht dieselben Kohlenstoffe. Dieser hier und dieser Kohlenstoff sind ja offensichtlich nicht identisch. Anders sähe es aus, wenn hier der Alkohol, also wenn hier der Alkohol hängen würde. Dann könnte man das Molekül einfach drehen, dann wäre es dasselbe. Vielleicht kannst du ja mal ein weiteres Konstitutionsisomere von diesem Molekül überlegen. Ich gebe dir ein paar Sekunden Zeit. Denn es ist, man kann jetzt tatsächlich keinen anderen Alkohol mehr machen. Also dieser Alkohol wäre ja genau, das ist ja dasselbe. Wir können jetzt aber ein Eta machen zum Beispiel. Und ja, kannst du dir mal nachzählen. Das ist genau dieselbe Summenformel. Wir haben immer noch C4HCNO. Und das ist die Ethyleter. Und das ist auch ein komplett anderes Molekül. Und diese drei Moleküle zueinander sind Konstitutionsisomere. So, wir gehen jetzt nochmal hoch zu unserem Stammbaum. Also wir haben jetzt nur verstanden, Konstitutionsisomere unterscheiden sich in ihrer Konstitution. Also wie die Atome verknüpft sind. Und jetzt kann man ja quasi, wenn man jetzt von hier runter wandert im Stammbaum, so eine Frage stellen. Wenn wir jetzt zwei Moleküle gegeben haben und wir wollen wissen, was sind das für Isomere, dann kann man hier die Frage stellen, okay, ist denn die Konstitution identisch? Wenn nein, dann sind es Konstitutionsisomere. Wenn die Konstitution aber identisch ist, dann spricht man von Stereosomeren. Und das schauen wir uns nochmal an. Wir nehmen jetzt nochmal unser Secbutanol. Und jetzt geht es nicht mehr darum, dass wir darauf achten müssen, welches Atom ist mit welchem Atom verknüpft, sondern wie sieht das Molekül wirklich dreidimensional aus. Also wie ist das im Raum quasi. Und um hier zu schauen, wie sich das Molekül zu einem anderen Molekül im Raum verhält, unterscheiden wir den Fall der Konformationsisomerie und den Fall der Konfigurationsisomerie. Und wir fangen jetzt mal mit der Konformationsisomerie an. Euch ist ja bestimmt die Keilstrichformel bekannt. Wir können hier mit so einem Keil andeuten, dass die Alkoholgruppe nach vorne schaut und der Wasserstoff nach hinten. Und wir schreiben jetzt diesen Wasserstoff auch nochmal hin, obwohl wir seichig müssten. Aber um das zu verdeutlichen, was ist der Unterschied zwischen diesem Molekül und diesem Molekül? Kurz ein bisschen überlegen. Von der Konstitution her gar nicht. Jedes Atom ist noch genau mit demselben Atom verknüpft. Aber wir haben hier was gemacht. Wir haben um diese Bindung hier gedreht. Um diese Einfachbindungen. Einfachbindungen sind leicht drehbar, nicht wie Doppelbindungen. Doppelbindungen sind ja quasi fix. Und diese beiden Moleküle sind sogenannte Konformationsisomere zueinander. Denn die Konformation beschreibt, wie das Molekül räumlich aufgebaut ist, wenn man nur Drehungen um Einfachbindungen betrachtet. Also zwei Moleküle, wenn die sich in ihrer Konformation unterscheiden, heißt es nur, dass um Einfachbindungen, entweder um ein oder mehrere Einfachbindungen gedreht wurde. Das heißt, wir müssen keine Bindung brechen, um von diesem Konformationsisomere zu diesem Konformationsisomere zu kommen. Wir müssen einfach nur drehen. Das wird sich gleich ändern bei den Inertiomeren oder bei den Diastereomeren. Aber bei den Konformationsisomeren reicht es allein, dass wir um eine Einfachbindung drehen. Ein weiterer oder ein weiteres Beispiel, wo Konformationsisomere eine große Rolle spielt, ist, wenn wir einen Zyklohexam-Sessel haben. Das ist dir vielleicht schon mal begegnet. Dieses, das sieht erstmal verwirrend aus, das ist quasi das hier, Zyklohexam. Und wenn man das halt räumlich angeordnet wirklich mal hinzeichnen will, dann ist halt die reale, räumliche Anordnung wie so ein Sessel. Ich habe hier auch tatsächlich so ein Zyklohexam-Sessel hier. Wenn man von hier drauf guckt, das sieht aus wie ein normales Zagzag. Aber wenn man von hier drauf schaut, dann sieht man, dass das hier so ein Zickzack macht. Es geht hoch und runter. Es ist ja so, dass wenn ihr diesen Sessel schon mal gesehen habt, dieser Sessel kann Ringslips machen. Wir gucken jetzt mal nur zum Beispiel hier auf diesen Wasserstoff. Und der Zyklohexam-Sessel ist nicht da. Der flippt die ganze Zeit hin und her. Denn wir können das auch quasi so hinzeichnen, dass wir um jede Einfachbindung einmal rotiert haben. Und jetzt guckt dieser Wasserstoff, der vorher hier äquatorial gezeigt hat, der ist jetzt axial. Also das ist dasselbe Molekül, nur es hat sich einfach mal jede Einfachbindung gedreht. Soll es keine Einführung in einen Zyklohexam-Sessel sein. Nur wenn ihr das kennt, dann wird das vielleicht noch ein bisschen klarer. Das ist quasi ein Fall der Stereo-Summerie, die Konformations-Summerie. Keine Sorge, wir gehen das alles später nochmal im Detail durch. Dann wird das nämlich alles quasi sehr klar, wie sich alle unterscheiden. Wir gehen aber nochmal hier hin, wo wir waren. Wenn wir hier eine Summenformel haben oder zwei Moleküle haben und wir vorhin die vergleichen, ist die Konstitution gleich? Wenn ja, dann kann es sich nicht um Konstitutions-Sesomere halten. Das heißt, es muss sich um ein Stereo-Summer halten. Dann kann man fragen, okay, lassen sich die beiden Moleküle durch Drehung um eine Einfachbindung ineinander überführen. Das heißt, müssen wir keine Bindung wirklich brechen, um von dem einen Molekül zum anderen zu kommen. Wenn die Antwort ist, nein, müssen wir nicht, dann müssen wir Konformations-Sesomere vorliegen haben. Wenn wir sehen aber, das geht irgendwie doch nicht, dann muss es sich um ein Konfigurations-Sesomere halten. Und was das heißt, schauen wir uns jetzt an. Und wir fangen hierfür bei den Innanzumeren an. Hier sollte schon bekannt sein, was Schiralität ist, weil das würde sonst den Rahmen des Videos sprengen. Wir machen aber nochmal eine kurze Auffrischung. Wenn wir jetzt hier unser Sec-Butanol wieder haben, dann ist dieser Kohlenstoff hier ganz wichtig. Denn dieser Kohlenstoff verfügt über vier verschiedene Substituenten. Und was das dann heißt ist, dieser Kohlenstoff ist Schiral. Beziehungsweise wir haben hier ein stereogenes Zentrum und das ganze Molekül ist dadurch dann Schiral. Und was das heißt ist, es ist nicht deckungsgleich mit seinem Spiegelbild. Das sieht man am besten, wenn wir jetzt hier mal wieder diese Keile hinzeichnen. Wir machen jetzt einfach mal die Hydroxylgruppe nach vorne und das Proton hier nach hinten. Und jetzt male ich das Innanzumere hin von diesem Molekül. Das heißt, ich brauche hier gar nicht so viel denken, sondern ich kann hier einfach durch diese gestrichelte Linie immer wie in der Grundschule bei diesen Bildern einfach spiegeln und das nochmal hinzeichnen. So, wenn ich jetzt dieses wenn ich dieses Molekül jetzt hier so hindrehen will, dass sich quasi die Hydroxylgruppe an derselben Position befindet wie hier, dann sieht das so aus. Könnt ihr euch quasi vorstellen, dieser Kohlenstoff, ich nehme den jetzt aus der Ebene, also aus deinem Bildschirm quasi hier hinaus und verschiebe ihn hier hin. Und dieser Kohlenstoff, der geht quasi in die Ebene hinein, in dein Bildschirm hinein und kommt dann wieder hier raus. Dann haben wir sowas. Wie wir jetzt sehen, die Hydroxylgruppe, die hier vorhin nach vorne geschaut hat, guckt jetzt nach hinten, weil wir ja quasi einmal so im Raum gedreht haben. Und wenn wir jetzt diese beiden Moleküle hier vergleichen, die sind nicht identisch, die sind von der Konstitution gleich, aber die Hydroxylgruppe guckt hier nach hinten und hier guckt sie nach vorne. Und das ist halt Scherilität. Also das Spiegelbild eines Moleküls ist nicht identisch mit sich selber. Ja, wenn das der Fall ist, dann sprechen wir von Enantiomerie. Enantiomerie liegt vor, wenn wir zwei Moleküle haben, welche sich wie Bild und Spiegelbild verhalten, aber nicht deckungsgleich sind. Und das ist halt der Fall, wenn wir mindestens ein stereogenes Zentrum haben im Molekül. Und wenn wir nochmal zurückdenken, was der Unterschied ist zu den Konformationen des Summären. Ich habe ja ganz am Anfang die Frage gestellt, wenn wir zwei Moleküle vergleichen, kann man die anhand einer Drehung und einer Einfachbindung ineinander überführen, oder muss ich dafür wirklich eine Bindung brechen? Und bei den Konformationsisomären war es ja so, nein, wir müssen doch keine Bindung brechen, wir können einfach nur drehen. Bei den Konfigurationsisomären, auch was dann quasi auch die Enantiomerie betrifft, müssten wir jetzt quasi, damit wir von diesem Molekül hier zu diesem Molekül kommen, die Hydroxygruppe einmal wegnehmen, das Proton hier nach vorne schieben und dann die Hydroxygruppe von hinten wieder dann machen, sozusagen. Also das geht nicht einfach nur durch Drehung. Also ob diese Hydroxygruppe jetzt hier nach vorne schaut oder nach hinten bezeichnet man als Konfiguration. Also hier wäre es dann quasi R oder S konfiguriert. Kann man jetzt schnell überprüfen. Also 1, 2, 3, dass es im Molekül sind, also R. Das hier ist quasi R konfiguriert und das muss dann hier jetzt S konfiguriert sein. Und ja, das war es dann schon mit den Inantiomären. Jetzt gibt es noch einen Fall, was jetzt die Diastereomäre sind. Denn Diastereomäre sind alle Konfigurationsisomäre, die keine Inantiomäre sind. Und was das genau ist, was das genau bedeutet, schauen wir uns das jetzt an. Diastereomäre können vorliegen, wenn wir entweder eine Doppelbindung haben und deshalb EZ-Isomerie haben oder wenn zwei Moleküle über mehr als eine Stereozentrum verfügen. Denn dann kann es sein, dass diese Moleküle sich nicht wie Bild und Spiegelbild verhalten. Denn wenn sie das tun würden, wären sie Inantiomäre. Wir fangen einfach mit dem Einfachen an. Also Doppelbindung, das lernt man ja ziemlich früh, können entweder E oder Z konfiguriert sein. Das hier ist jetzt das E, nicht Z. Das hier ist das E-Isomer und das hier ist das Z-Isomer. Z für zusammen. Und hier wird das auch nochmal deutlich, warum es eine Konfigurationsisomäre voneinander sind. Denn wir können nicht dieses Molekül hier in dieses überführen, ohne irgendwelche Bindungen zu brechen. Ich schreibe das mal hier an. Es gibt halt die E-Z-Isomerie, welche unter die Diastereo-Isomerie fällt. Dann gibt es auch noch den Fall, dass wir mehr als ein Stereozentrum haben. Bei unserem Sektbutanol gerade eben hatten wir ja nur ein Stereozentrum. Das war ja gerade das hier und mehr gab es nicht. Das heißt, wenn wir nur ein Stereozentrum haben können, dann gibt es halt auch nur zwei Stereo-Isomäre. Wenn wir jetzt aber, sage ich jetzt mal, zwei Stereozentren haben. Nehmen wir einfach mal, dieses Molekül als Beispiel, das hier ist ein Chlor, das ist ein Alkohol und hier haben wir zwei stereogene Zentren, zwei scherale Kohlenstoffe, weil die hier über zwei, über vier verschiedene Reste verfügen jeweils. Und jetzt ist es so, dass wir hiervon einmal die E-N-Z-Isomerie bilden können, indem wir quasi das Spiegelbild einfach nehmen. Ja, das ist das Spiegelbild. Beziehungsweise, ich drehe es nochmal, dann wird es nochmal deutlich. Diese beiden Moleküle sind E-N-Z-Isomerie. Warum sind sie E-N-Z-Isomerie und keine Diastereomere? Weil sie sich wie Bild und Spiegelbild verhalten. Würden sie dies nicht tun, wären sie Diastereomere. Aber, weil sie sich verhalten wie Bild und Spiegelbild, sind sie E-N-Z-Isomerie. Und dass sie sich trotz zwei Stereozentren wie Bild und Spiegelbild verhalten, liegt daran, die Konfiguration an jedem dieser Kohlenstoffe, also einmal an dem hier und an dem hier, ist genau andersherum bei jedem. Das heißt, hier, das hier ist ja ein Moment, eins, zwei, drei. Dieser Kohlenstoff hier ist R-konfiguriert und dieser ist hier wahrscheinlich S-konfiguriert. Genau. Also dieser Kohlenstoff ist R-konfiguriert, dieser ist S-konfiguriert. Und bei einem, wenn es ein Innational ist, das andere Molekül, dann ist dieser Kohlenstoff hier, in diesem, dieser hier, gerade nicht R-konfiguriert, also S-konfiguriert. S und dann ist der andere gerade R-konfiguriert. Wenn wir jetzt aber diese Moleküle hier vergleichen, einmal das hier, von gerade eben, und einmal das hier. Bei beiden Molekülen sieht man aber eigentlich auch direkt, dass das nicht Bild und Spiegelbild voneinander sind. Wir wollen das nochmal sicher gehen, indem wir die Konfiguration überprüfen. Dann wird uns auffallen, okay, Moment, hier ist der Kohlenstoff R-konfiguriert. Hier auch. Hier ist er S-konfiguriert und hier ist er aber nicht S-konfiguriert, sondern R. Das heißt, diese Moleküle hier sind keine, also Moment, diese beiden hier sind keine E-Normzimere voneinander, sondern die E-Normzimere. Denn E-Normzimere unterscheiden sich in jedem Stereozentrum in ihrer Konfiguration, denn nur so können sie halt Bild und Spiegelbild voneinander sein. Die E-Normzimere sind ja nicht Bild und Spiegelbild voneinander und müssen dementsprechend nicht bei jedem Stereozentrum die entgegengesetzte Konfiguration haben. Ja, das ist quasi nochmal diese feine Unterscheidung der Konfigurations- Isomerie. Entweder hat man dann halt E-Normzimere oder man hat Diastereomere und wenn man Diastereomere hat, kann man entweder, kann dies entweder sein aufgrund der EZ-Isomerie oder weil wir halt mehr als ein Stereozentrum haben. So, jetzt haben wir eigentlich ja zu jedem Fall ein Beispiel gehabt. Wir gehen jetzt aber nochmal der Reihe nach durch oder wir erklären nochmal, probieren wir nochmal jetzt neu zu definieren, was dieser Stammburm hier bedeutet. Wenn wir eine Summenformel gegeben haben, dann kann in vielen Fällen zu dieser Summenformel ein Molekül gehören, aber auch ein anderes, weil das ist das, was Isomerie ausmacht. Isomerie beschreibt, dass ein Molekül trotz der selben oder zwei Moleküle dieselbe Summenformel haben können, aber nicht gleich aufgebaut sein müssen. Diese beiden Moleküle können sich entweder in ihrer Konstitution unterscheiden, das heißt, entweder die Moleküle sind total anders verknüpft oder sie sind alle identisch verknüpft, aber die räumliche Ausdehnung oder räumliche Anordnung, die unterscheidet sich bei den Isomeren. In diesem Fall muss es sich hier um ein Stereoisomer halten. Bei den Stereoisomeren gibt es jetzt auch nochmal zwei Fälle. Es gibt einmal den Fall, dass man jetzt die beiden Moleküle durch Drehung und eine Einfachbindung ineinander überführen kann, sodass ich keine Bindung brechen müsste, um das eine in das andere zu überführen. In diesem Fall hätten wir ein Konformationsisomer, wie wenn ich jetzt hier die Einfachbindung habe und einen Rest hier, einen Rest hier und dann drehe ich und dann habe ich jetzt halt genau das andere Konformer oder Konformationsisomer. Wenn ich aber, um diese beiden Moleküle ineinander zu überführen, eine Bindung brechen muss, dann liegt es daran, dass die beiden Moleküle verschieden konfiguriert sind. Das heißt, wir können nicht mehr einfach durch eine Trägung und eine Einfachbindung diese Moleküle ineinander überführen. Konfigurationsisomerie liegt immer dann vor, wenn wir entweder mindestens ein stereogenes Zentrum haben oder eine Doppelbindung haben im Molekül. Und jetzt kann man ganz leicht vereinfachen, wenn man zwei Moleküle vergleicht, welche auf jeden Fall Konfigurationsisomerie aufeinander sein müssen, dann schaut man, sind diese beiden Moleküle Bild und Spiegelbild voneinander. Wenn das der Fall ist, dann sind es Inhalzomere. Wenn dies nicht der Fall ist, dann müssen es Diasteremere sein. So, zum Abschluss schauen wir uns noch zwei Beispiele an. Und zwar fangen wir jetzt hier mit diesen beiden Molekülen an. Kannst du mal selber testen, ob du herausfindest, was für eine Art von Isomerie hier vorliegt bei diesen beiden Molekülen. Okay, wir gehen mal zusammen durch. Ist die Konstitution gleich? Und ja, sie ist gleich in beiden Molekülen, denn dieser Fluor hängt an diesem Kohlenstoff, genau wie hier, und dieser Chlorandem, und auch der Rest ist auch identisch. Also kann auf jeden Fall schon mal keine Konstitutionsisomerie vorliegen. Das heißt, wir haben eine Art von Stereoisomerie. Jetzt die Frage, kann ich dieses Molekül in dieses überführen, indem ich nur um eine Einfachbindung drehe und nein, kann ich nicht, denn wenn ich jetzt beispielsweise um diese Einfachbindung hier drehe, sodass dieser Chloris hier nach vorne schaut, dann würde aber auch das heißen, dass hierfür die Methylgruppe nach hinten schaut, später, wenn ich sie drehe. Also wenn ich hier um diese Einfachbindung hier drehe, dann käme halt das raus. Und wäre hier das H und nach hinten guckt halt hier die Methylgruppe. Also diese Methylgruppe hier ist die, die hier in der Ebene ist und dieses H ist das H, das hier eigentlich nach vorne schaut. Also das ist nicht dasselbe Molekül. Folglich muss es sich um eine Konfiguration zu summerieren. So, und jetzt die Frage, sind diese beiden Moleküle hier Inanzimere voneinander? So, und wenn du jetzt geübt bist, dann könntest du jetzt einfach schauen, okay, sind diese beiden Moleküle Bild und Spiegelbild voneinander? Wenn ja, dann sind es Inanzimere, wenn nicht, dann müssen es Diastereomere sein. Wenn du jetzt aber Schwierigkeiten hast, dir das vorzustellen, dann bestimmst du einfach bei beiden Molekülen die Konfigurationen an den jeweiligen Stereozentren. Wenn alle Konfigurationen gleich sind, also wenn jedes stereogene Zentrum dieselbe Konfiguration hat bei beiden Molekülen, dann ist es dasselbe Molekül. Wenn die alle entgegengesetzt sind, also quasi bei jedem Stereozentrum, wo vorher R war beim linken Molekül und wo jetzt S ist beim rechten Molekül und andersrum, dort muss es sich um ein Inanzimere handeln, weil alle Stereozentren invertiert sind. Wenn es kein zum beiden ist, also wenn es mal so, mal so ist, dann muss es ein Diastereomere sein. Und wir sehen ja hier schon, hier diese beiden Kohlenstoffe hier, die sind ja genau gleich konfiguriert. Also hier guckt bei beiden der Fluch nach oben, das heißt es kann sich nicht um Inanzimere handeln, denn hier ist die Konfiguration gleich. Folglich muss es sich um ein Diastereomere handeln und so ist es auch, diese beiden Moleküle sind Diastereomere voneinander. Wie ist es jetzt aber mit diesem Molekül hier und diesem Molekül? Das ist ein bisschen schwer zu zeichnen, also das hier ist jetzt der Chlor, der nach hinten schaut, quasi genau das hier, nur ich habe es noch mal verdeutlicht, dass der Wasserstoff hier nach vorne schaut und dieses Molekül, hier guckt die Methylgruppe nach vorne und hier fehlt natürlich noch der Flur. Das Chlor bleibt in der Ebene und das Wasserstoff guckt nach hinten. Überleg dir kurz, okay, offensichtlich ist es ja ein Stereovisomere und jetzt bleiben wir hier hängen. Ist es ein Konformationsvisomere oder ist es ein Konfigurationsvisomere und hier braucht man ein bisschen räumliches Vorstellungsvermögen, denn wenn ich hier um diese Bindung drehe, also quasi einmal so von hier nach da, dann bringe ich hier den Chlorrest dahin, wo halt vorher die Methylgruppe war, die Methylgruppe kommt dahin, wo der Wasserstoff war und der Wasserstoff kommt dahin, wo das Chlor war und dann erhalten wir genau das. Folglich muss es sich hier um Konformationsvisomere handeln. Und so macht ihr es einfach für alle Moleküle, wo wir diese Frage gestellt bekommen. Und je mehr ihr das übt, desto mehr erkennt ihr natürlich direkt, okay, es kann sich nur um ein Stereovisomere handeln und dann schaut ihr, okay, ist es ein Konfigurationsvisomere oder nicht und dann hat ihr den Rest auch ziemlich leicht abgefrühstückt. Ja, ich hoffe, das Video konnte euch helfen. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie gerne in den Kommentaren und ich würde mich freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützt und genau, für mehr Chemie-Content schaut euch auch mal meine Webseite labeihlver.de an und dann wünsche ich euch noch viel Erfolg für eure Chemie-Klausuren. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe,